Hier vorne ist unser Bus. Der Bus hat Steckdosen. Also diese Teile hier unten, ne? Die sind richtig geil. Ich bin ein richtiger Spinner. Du bist ein richtiger Vulkanologe. Karpfen haben richtig geile Lippen. Wir sind ja irgendwo im Mittelmeer, ne? Da gibt es bestimmt Karpfen und sowas. Als ich auf dem Weg hierher war, ich glaube, da habe ich gesehen, wo die Haifisch auseinandergenommen haben. Was? Echt? Mitten auf der Straße, ja. Und das hat so gestunken. Echt? Hier stinkt überall alles, ne? Boah, das ist richtig ehrlich. Wie viele Kilometer fahren wir jetzt Bus? Boah, so 200 bis 250. Irgendwas dazwischen. Geil. Jetzt werden wir unser Kopf per Bus durch Sizilien durchschieben. Das wird richtig geil sein. Rollt unser Kopf durch Sizilien und fällt um. Dort ist unser Schlafplatz der ersten Nacht in Palermo. Es war wunderschön. Das ist gestorben. Alter, scheiße. Nach Kakerlaken. Ja, die ganzen Kakerlaken haben uns belästigt. Äh, nee, Kellerhasseln sind das, genau. Also wir sind gerade mit dem Bus, der da gerade wegfährt, hier angekommen. Ich glaube, Katania oder so heißt diese Ortschaft. Das ist eine Ortschaft neben diesem vollfett Vulkan. Also dieser größte Vulkan Europas. Dieser Ätna, genau. So heißt dieser Vulkan. Das steht da sogar oben drauf. Da. Da.